Uli Kastner, die zweite Erstragung des Hospitality Technology Forums in der Schweiz. Wie gefällt es dir und was habt ihr anders gemacht im Format? Also erste Resonanz ist schon mal gut. Also ich kriege relativ gutes Feedback. Die Leute sind dabei, obwohl es über 30 Grad heiß ist, aber die Leute sind noch konzentriert dabei. Ich hoffe sie halten den restlichen Tag durch. Bisschen anders gemacht. Wir sind nicht mehr ganz so Start-up fokussiert, weil Hotel-Tech ist natürlich auch die grossen Firmen. Das heißt, wir haben dieses Jahr auch mal ein paar grössere Firmen eingeladen, um da ein bisschen mehr eine Mischung hinzubekommen und das Bühnenprogramm haben wir dadurch auch noch mal ein bisschen dynamischer gestaltet. Weniger Keynotes, noch mehr Interviews und ich hoffe, dass es dadurch auch noch mal ein bisschen unterhaltsamer ist und ein bisschen pragmatischer auch ist. Es freut mich doch, dass sehr viele gekommen sind, dass 50 Prozent eigentlich das erste Mal kommen. Also 50 Prozent haben wir schon unsere Stammgäste, wenn man so will. Jetzt beim zweiten HTF 50 Prozent sind neu und das zeigt doch, dass wir da auf Interesse stossen. Ich bin zufrieden, dass es gut angekommen ist, dass wir mit einem Global Plans, also mit einem Banker, mit einem Reto Rinker ein bisschen aufgetan haben und dass das halt an einer Veranstaltung sehr gut tut. Ich denke, die Herausforderung im Tourismus ist sicher unter anderem die ökologischen Themen, die ganze Massenbewegung vom Tourismus, die jetzt natürlich auch Mittelschicht aus Asien viel mehr als Produkt nachfragt. Da sieht man eigentlich noch nicht die richtige Lösungen. Das ist sicher etwas, wo man muss anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, dass man Antworten finden kann. Und das andere ist spannend, eine die Innovation, die in den letzten zehn Jahren im Tourismus stattgefunden hat. Wenn Sie denken, die ganzen Sharing-Plattformen, Airbnb, die ganzen Online-Guides, Get Your Guide zum Beispiel, die ganzen dynamischen Preismodelle in der Airline-Industrie oder in der Hotellerie. Wenn ich jetzt unsere Industrie anschaue, im Banking, dann sind wir noch weit weg. Also es gibt sehr viele Innovationen auf einem höcheren Level. Auf der anderen Seite, wenn wir einzelne Anbieter anschauen, Hotels, dort ist die Innovation dann noch sehr klein. Stefan Neukom, wie ist das für Sie als Start-up, an diesem Anlass teilzunehmen? Also es ist für uns natürlich auch das Zürcher Start-up lässig, dass man da in Zürich so ein Forum organisiert. Und ja, super Gelegenheit für uns auch, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu reden, die wir schon kennen, also Kontakt pflegen. Und es ist lässig, dass das für die Branchen so ein Anlass gibt. Ich finde es ein ganz spannendes Forum. Man lernt junge, neue Firmen kennen, die in der Hotellerie Lösungen entwickeln. Das gibt einem Input, was sind Technologien von der Zukunft oder eigentlich ja von der Gegenwart, wo gehen Trends hin. Es regt das Denken an. Ich meine, wir sind alle gefordert, durch die Digitalisierung zu gehen, Automatisierungsmöglichkeiten zu finden oder Möglichkeiten, in denen wir bessere Dienstleistungen als Gast bringen können. Also ich nehme diese Inspiration mit. Für mich ist es ein gelungener Tag. Sie haben noch geschickt. Jawohl! Ich habe gewonnen. In Berlin ist es noch zwei geworden und heute hat es gewonnen. Das freut mich besonders. Ein langer Weg aus Berlin runtergemacht. Und so, kommt noch auf den Fotos.